Ich hab die hier runter... Oh Gott, oh Gott! So, und das nächste! Ich hab die Kugel nicht! Ich hab die wirklich nicht! Da, da oben! Links, weiter links liegen die! Weiter links! Da jetzt! Sagt, hat er mir gegeben! Hatte ich! Ich hatte die nicht mehr! Und wie hast du mir die Gas gegeben? Rausgeschmissen! Ja, dort ist er doch noch! Ja, ich hab sie wieder, wie es aussieht! Könnt ihr denn jetzt bei dem diesmal warten? Nee! Wir müssen erst noch Kugeln finden! Ich hab alle! Vor allem die Selderscheidung macht richtig damage bei ihm! Ja, alles was mehrere Teile von ihm trifft, ist effektiv gegen ihn! Ja! Ja! Hast du nicht auch ne Spitzsacke, André? Nee, ne? Nee, hast du mich nicht gebaut! Ich konnt keine mehr bauen, glaub ich, ne? Nee, scheiße! Loser auf 2400 entfernt von uns! Da, weil ich grade gestorben bin, weil keiner mir gesagt hat, in welchem Bereich er runtergegangen bald! Drück M! Hast du gefragt? Ja, ich hab gefragt! Und ich hab einem gerückt! Ja, toll! Ich hab sie gelingen da! In der Mitte ist was! Hättet ihr sagen können! Das hab ich gesagt, als André runtergesprungen ist! Pass auf, da ist ein Block in der Mitte! Warum soll ich wissen, wo ihr runtergesprungen seid? Wissen ich! Dauert eher nach unten, wo denn? Nein! Nee, ist schon 7 Uhr gleich, ey! Alter, seit wann zocken wir? Hm? Seit wann zocken wir? Jetzt Terraria? Ich kann nicht sagen, wie lange wir schon das zocken! 15 Uhr oder so? Ja, warte mal! Weil ich Terraria das heute erst mal spiele! 4 Stunden! Ja, zurück auf mich, da noch! Oh! Scheiße, wo am Alter? Brenne! LOL! Ja, jetzt hole ich den Engelschubs! Was für ne Scheiße, ey! Dann mach ich halt die nächsten Kugeln auch schon mal frei, damit wir dann gleich weiter machen können! Nee, muss jetzt nochmal von Anfang laufen. Hier ist auch nochmal ne Kugel, zwei Stücken ineinander direkt. Nice. Holzfeil, Flammfeil, Flammfeil. Ja, die mach schon mal kaputt sonst. Nee, sonst spawnt er ja schon. Ja, wieso? Erst bei drei. Ja, ich hab schon zwei kaputt gemacht. Nee, eine erst. Zwei. Zwei. Guck im Log nach und dann siehst du ja, ähm, Eiskälte steigt hinauf, ist erst der erste. Ja. Ja. Weil den Dungeon wollen wir auch noch machen. So. 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 Niedlich. So. 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 Indurit ist gelandet. Ja, aber bloß du hast den Hammer, ne? Hat keiner von euch einen Hammer? Ich hab'n Hammer. Okay, gut. Lol, Herbert ist cool. Herbert, was? Du bist ein Treuer. Ja, welche Kugel denn? Ich weiß nicht, welche hier offen ist. Das sind so viele! Vier Stück lang. Herbert, nicht wegschicken! Komm her! Komm wieder zurück! Hi! Ich kann ihn immer wieder rufen. Niemand kriegt Herbert. Herbert gehört mir. Aber ich will auch Herbert. Digga, hier sind nur zwei Kugeln offen. Siehst du die nicht? Ja, denkst du? Ich gucke einfach gerade hin und dann... Ja! Ich glaube, einfach dann vorbei. Los, komm! Ekeldorn! Herbert! Wir machen's, ja? Stump, Alter! Hoffentlich stirbt er nicht. Hoffentlich stirbt er nicht. Florian bekommt einfach kein Damage von dem. Ich krieg nur einen Schaden von ihm. Ich ein bisschen mehr und ich bin gestackt! Mann! Ja, das ist unter Wasser! Dieses Drecks-Game! Aber nur noch Schnitzeln, Alter! Ich schaff das doch rechtzeitig! Scheiße doch nicht! Ich hab 26 Schuppen und 74 Dämoniert Erz bekommen Ich hab 149 Dämoniert Erz und 32 Schuppen Wo werden eigentlich meine Musketenkugeln angezeigt? Unter Munition Ach da Hey Ich mein, warte mal Wir haben uns auch noch eine Kugel, euer Ernst? Äh Warum habt ihr alle die Kugel? Ich hab die Kugel auch Ich hab schon Herbert Warte, ich hab noch eine für dich Kann ich die jetzt auch noch beschwören? Ja, ne kannst du eine Kugel, die folgt nicht Ich hab zwei Gefährten Ich auch Aber Herbert ist cooler, ja? Ich hab ein fliegendes Schwein, das für mich Sachen einlagert Ich hab Herbert Aber wie Kugeln sind die denn noch? Noch einige Eine müssen wir noch an- Zerstören Such mal noch eine Oh Und wieso hab ich eigentlich kein Dings hier, äh Kein Hammer? Weil du keinen gebaut hast? Weil du keinen gebaut hast? Das ist ein Aim, Alter Guck mal mal Ich zieh einen Schatten hinter mir, ja Der möchte gar nicht wissen, was für mein Angriffstempo ist, ey Toi Boah, nur nach links, Alter, ganz ehrlich Oh, lol Alles klar, der ist halt so schnell tot Nein, wieder weg Nein, wieder weg Nein, wieder weg Du kannst dich in der Wand killen Joa Du hörst Da sind auch noch ein paar Sachen in der Wand drin Hey, ihr beide habt die Spitzhacke? Nein Ja Ich hab einfach keinen drauf Warte, ich hab so viele Sachen bekommen Äh, Schmerzball Mit plus 13% Schaden Plus 5 kritische Trends äh Kritische Trends äh Plus 15 Rückstoß Zum Nahkampfwaffe Hier Flo Noch ein Hier Flo Sternenkraftband Erhöht Das Höchstmana um 20 Viertel Antrieb bekommt nichts Ja, wie es aussieht Oh, ein paar Sternchen Hier ist noch eine Moskete, André Ich hab noch einen Ekelton Ja, ich bin hier oben, ne? Ja, ich seh's Gib ich's mir dann oben, ja? Nö Meine Sachen gib mir dann einfach oben Nö Ist gut Hä? Nö Okay Bin ich wieder leiser geworden? Weißt du, wir könnten alle drei einfach Alter! Hör auf damit Scheiß Discord Hör auf damit Stellt mich nur 100% auf 27 Können alle in Wie soll ich sagen Könnt ihr jetzt noch ein Bällchen suchen einmal? So? So? Nicht rechts lang, rechts lang waren wir schon Links geht nicht mehr lang Okay Müssen wir jetzt schon nach oben Dann geht mal raus und guckt da noch mal Oh, dein Schweinchen ist noch hier Er folgt mir nicht, ich werde ihn auch wieder beschwören Noch ein Schmerz bei Flo Das war alles aber scheiße Schmerzbälle sind scheiße? Ja Wieso, der wird schaden, rückst du schon crit, hallo? Der ist doch gut Das hat mein Lederschwert auch Das hat mein Lederschwert auch Hä, ich? Dein Saboni? Meins hat nur plus 15% rückstoß Meins ist barbarisch Plus 10 Schaden, plus 10 Größe, plus 10 rückstoß Meins ist nur stark Ich hab verfehlt, auf dem Stein zu landen Machen wir jetzt den Dungeon? Wir gucken hier gleich nochmal, wenn es hier irgendwo ein Loch gibt, nochmal rein Gucken, ob wir da noch weiterkommen Also, ob wir da noch ein Kügelchen finden Nein, hier unten ist ein Kügelchen Hier unten auch nicht Ah, und dann ist das Gebiet schon zu Ende Okay Ab in den Dungeon, yeah! Oh wie süß, dieser kleine Mini-Po hier! Oh, der ist so süß! Meiner? Ja! Ja, Beat, ist so süß! Und hier ist der Dungeon Geht's da noch rechts weiter? Äh, links weiter? Ja, das ist ein Meteorit Oh geil Weiter als die Meteoriten sind ähm André und ich nicht gelaufen Also, der Meteorit, der andere der gerade eben runtergekommen ist, der ist ja auch nicht bisher links gewesen Also, jetzt hier unten rein, oder was? Warte, erstmal hier ein Haus bauen Oh, warte, ja, warte, ich will da kurz ein Spawn-Paint setzen Dann renne ich nämlich kurz nach links, komplett Um zum Ende der Welt zu kommen und hole die Truhe Und was ist da drin, ne? Verschiedene Sachen Auch für Fan-Kämpfer? Nö Weiß ich nicht, kommt drauf an Und der Dungeon unten ist riesig, André Riiiisig Ich kann meinen Spawn-Paint noch nicht setzen, mach Hände, mach Hände Äh, wolltest du mir noch was geben, Maxi? Da fehlt noch ne Tür, da fehlt noch ne Tür, da fehlt noch ne Tür Danke! Äh, ja, ich hab hier noch ne Muskete für dich Falls du das haben willst, oder das haben willst, ne? Äh, Kildone Alter, hast du schon nen Spiegel? Ja Ich auch André fehlt noch nen Spiegel Schleimkönig, oh ne! Der ist bei mir, och man! Der ist unterwegs, Maxi, die Rettung naht Ist da ein Zombie drin, oder ist da, da ist ein Mensch drin gewesen? Ja, so nen Ninja-Typ hier Von der Fassino Oh! Gut, dass ich mein Spawn-Point hier gesetzt hab, ne? Er hat mich dann einfach getoo-hitted Es kann auch sein, dass ich schon Leben verloren habe Immerhin ist der Schleim diesmal nicht da Wenn sowieso schon Schleim regnet Leider, ich bin gestorben Links bei Gold Maxi, du hast dein Unterst aufgesammelt Maxi, du hast dein Unterst aufgesammelt Ja, ich werd für Schleim angegriffen, oder? André hat's aufgesammelt Ich hab Königsschleim-Maske Ich hab blaue Schleim-Banner Und Ninja-Kapuze Schleim-Haken? Nein! Ja! Flo, ich hab ein Unterhaken Und... Festiger? Um Objekte herzustellen Ey Flo, guck mal Ich hab ein Schmerz-Bad bekommen Warte mal Maxi Du drehst dich, wenn du So einen Sturm in der Bordel Ich weiß Flo, geh doch schon mal in Landen Wir müssen dafür den vollen Boss legen Ja, fangst doch schon mal So, hier ist der andere Meteorit Der neue, oder den du schon gemacht hast? Neue Okay Dann kommt er später Ja, dann geh... Dann geh halt nicht zurück Ich will nur kurz zum Ende der Welt Ich will hier nichts erkunden Ich will gar nichts machen, Flo Ich will mal das Ende der Welt sehen Das ist einfach nur riesiges Wasser, mehr ist es nicht Es ist ein Meer sozusagen Ja Nur das Meer Hey, mein... Mein Kopf sieht lustig aus Kann man sich auch standardmäßig irgendwie mit nem Keybind backporten? Schau mal nach Ah, ich bin dumm Ich... das ist ein Fehler, dass ich euch hinterherlaufe Hat jemand nen Dings trank, da wo ich zu euch teleportieren kann? Ja, ich hab mein Haus nicht gesetzt Nein, hab ich nicht Nein, hab ich nicht Gibt auch keinen Ne, gibt's nicht Hallo Also ich bin wieder da Das ist das Ende der Welt Ja André, viel Spaß wenn ich zurückkomme Jawohl Und was war in der Truhe drinnen? Nur ein Schilfrohr Erhöht die Atemzeit unter Wasser, wenn du's hältst Also dann auch das geht da Machen wir selber schon Tiefe Ja Auf uns eigentlich nichts Ich hab halt nen Graveling Hook jetzt, das ist ganz geil Ne Heilschuppe Aus diesem Grund mag ich den scheiß Schmerzball nicht Wow Können ziehen ihn mir hinterher Wow Was ist das hier? Oh, Kreis Komm in der Nacht wieder Hast du zufällig ne Kiste, Flo? Oh Oder Eisen oder so, dass wir ne Kiste bauen können Ich hab nur das hier Was? Voller Vergeschnür Wow Das war knapp Vielleicht find ich ja hier hinten irgendwo Eisen André, hast du Eisen gefunden bei dir zu Hause? Fällig? So ein bisschen Sammeln wir mal mit Gold ein Oh warte mal, danke für die Idee Maxi Ich pack einfach mal mein Gold jetzt hier einfach in mein Sparschwein rein Könnte auch was rein machen Kann ich auch drauf zugreifen oder wie? Ja Ist es bei dir komplett leer Maxi oder? Ja Deine Sachen seh ich dran noch nicht Hast du es? Deine Sachen seh ich dran noch nicht So, ich hab ne Tore für uns alle dabei Immer dauerhaft Dann pack ich mein Gold da auch mal rein, ne? So, ab in den Dungeon Können wir doch nicht Okay, theoretisch gesehen schon, aber Irgendwann kommt der scheiß Boss Ich pack hier auch mal ein bisschen Scheiße rein, so, ne? Ähm, André, du kannst gerne mal versuchen in den Dungeon reinzugehen Hast du Spawnpoint gesetzt? Ja Ich hab nen Bergbautrank Abbautempo wird erhöht Habt ihr noch Sterne, Leute? Sternchen? Zwei Oh, warte Ja, äh, das ist jetzt unlucky Wenn du Spawnpoint gesetzt hast, kannst du gerne mal in den Dungeon reingehen Wieso? Wieso? Ich zeig's dir! Ich zeig's dir! Hallo? Hallo? Hey? Hallo? Ist hier wer? Hä? Ihr müsst weitergehen, geht weiter, geht weiter Noch weiter? Ah! Nein, ich war grad an der Kiste! Ich war grad an der Kiste! Und die ist hier zu groß, die ist aber ganz schön klein Ähm, das ist nur ein Teil Kleiner Teil Das ist der Anfang, Andre Weiter kommen wir nicht, weil vorher müssen wir den Boss besiegen Sonst kommt immer wieder dieses Skelett und tötet uns Instant Wir müssen warten, bis es Nacht ist, um den Skelett Skelettron zu besiegen Und dann den Typen erstmal ansprechen, weil der verwandelt sich dann, glaub ich, ne? Was? Verwandelt er sich? Ja In ne Hure? Die ist ganz schön knochig, ein bisschen unterernährt Haben wir gekoppelt den Dings, ja? Es ist auch manchmal einfach so komplizierend lang Nicht? Ja No Ja Ja